Hallo, mein Name ist Sahin, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Çorum, einer Stadt in der Türkei voller Geschichte und Naturwunder. Vor einigen Jahren habe ich mich entschlossen, nach Deutschland zu kommen, um neue Erfahrungen zu sammeln und mich beruflich weiterzuentwickeln. Meine Heimatstadt Çorum ist bekannt für die beeindruckenden Hattusa-Ruinen und wunderschöne Landschaften, die besonders im Frühling und Sommer zum Leben erwachen. Hier in Deutschland genieße ich die Parks und die deutsche Natur. Gleichzeitig halte ich die Verbindung zu meiner Kultur aufrecht, indem ich traditionelle türkische Instrumente wie die Saats spiele. Fußball, Joggen und die Vielfalt der Kulturen hier in Deutschland bereichern mein Leben. Ich freue mich weiterhin, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und mich beruflich in Deutschland zu etablieren. Danke, dass Sie mir zuhören. Hallo, mein Name ist Sahin, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Çorum, einer Stadt in der Türkei voller Geschichte und Naturwunder. Vor einigen Jahren habe ich mich entschlossen, nach Deutschland zu kommen, um neue Erfahrungen zu sammeln und mich beruflich weiterzuentwickeln. Meine Heimatstadt Çorum ist bekannt für die beeindruckenden Hattusa-Ruinen und wunderschöne Landschaften, die besonders im Frühling und Sommer zum Leben erwachen. Hier in Deutschland genieße ich die Parks und die deutsche Natur. Gleichzeitig halte ich die Verbindung zu meiner Kultur aufrecht, indem ich traditionelle türkische Instrumente wie die Saats spiele. Fußball, Joggen und die Vielfalt der Kulturen hier in Deutschland bereichern mein Leben. Ich freue mich weiterhin, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und mich beruflich in Deutschland zu etablieren. Danke, dass Sie mir zuhören. Fizien Untertitelung des ZDF, 2020